Ich bin der Micha, ich bin hier bei den Müritz Fischern Produktionsleiter in der Manufaktur und kümmere mich quasi um alles, was das Tagesgeschäft angeht, bis hin zur Kommissionierung, bis zum Wareneingangskontrolle. Wir können aus Fisch hier alles machen. Wir können von Räucherfisch, Frischfisch, also zum Braten, Filetieren, Steaken, Marinieren bis hin zum Backfisch. Wir machen hier fast alles. Ich bin Fischer geworden, weil ich Fisch liebe. Das hat mich schon immer fasziniert. Ich finde, dieses Lebensmittel ist immer noch so weit unterschätzt. Das ist nicht maschinell. Wir haben hier Frauen, die schlachten, die filetieren, die machen und halt diese Qualität, die wir auch haben. Wir haben wirklich regionale, spezielle Produkte, die wir aus unseren Gewässern haben. Und das ist wirklich Qualität und alles regional.